Ich bin aus Österreich. Ich komme aus Slowenien. Ich bin aus dem Iran. Ich bin aus Polen. Ich bin aus Deutschland. Ich bin aus Taiwan. Ich komme aus dem Irak. Ich bin aus dem Libanon. Ich bin aus den Philippinen. Ich bin aus Nigeria. Ich bin aus England. Ich bin aus Rumänien. Ich komme aus Irland. Ich bin aus der Schweiz. Alle von uns leben in Österreich. Ich bin aus der Schweiz. Also Leute, wie sind wir heute hier um den Leon seine Geschichte zu hören? Vor dem Handwerkergeschäft, mit dem mein Großvater gearbeitet hat, haben die kommunistische Beeilung zum Beispiel das Militär aufgestellt und wir haben genau überprüft, wer reinkommt und so. So, let me just start from the beginning. Before you turn one, we moved to Qatar due to the war. Denkst du noch auch deine Heimat zurück? Yes, of course. I mean, where I'm from, also my parents are from. Sie haben immer mehr Probleme bekommen mit Drohungen und sowas und dann ist mir großartig geprüchtet. Ich würde mir wünschen, dass man Flüchtlinge mit weniger Vorurteilen ins Leben kommt und dass zwischen Menschen es unterschieden wird, denn jeder ist ein Individuum und sie sollten alle die gleiche Rechte haben. Ich würde mir wünschen, dass man ein Land oder eine ganze Region nicht nur nach den negativen Aspekten fördert. ohne geöffnete Grenzen Und das ist einer und das ist eine